Die ist aber sehr mutig. Die kommt doch gleich daher. Kennst du die Allegra? Und die Ariel auch? Super, Ariel, Allegra. Wer ist das? Sie kennt das Mädchen doch. Die weiß auch, dass es keine Hunderbetten bei uns gibt. Schau, Allegra gefällt dir gut. Allegra, kannst du dich erinnern? Schau mal. Na, servus. Eine neugrige Nosnis. Alessa, kannst du mir sagen, was das schon wird? Ja. Du hast mich überwältigt gehört, deine Schwestern. Ja, deine Schwestern, Schatzi. Oh, da ist ja wie eine Grante. Hey, mein Grante. No, Alter, schau dir nicht so zu wieder her. Ja, was mich dafür zu wiederhutzen. Schau, wie die plötzlich munter wird. Ja, schau, wie die plötzlich munter wird. Ich glaube, das wird ein Frechdachsel. Weg von meinen fremden Schwestern. Das können wir gleich vorne da. Ja, 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 ja. Na, diese Schnölle haben wir, was ich schauen kann. Nix, also du bist ein Gentleman. Wirklich. Wir haben immer die Wurst am Tag. So, gell. Ja. Ist schon gut. Frechdachsel. War das wie der Frechdachsel? Schau, wie es umeinander marschiert. Ja, du bist eh mein Baby-Boer. Sag, Jössers. Jetzt haben wir noch eine der Herzeit. Furchtbar, gell. Das ist ja furchtbar. Und wo hast du heute gemacht bei der Mama? Na, siehst, gibt's doch einen Unterschied. Also sei nicht so grande. Hallo Mäuschen. Hallo Mäuschen. Hallo Mäuschen. Hallo Mäuschen. Die darf auch her. Da brauchen wir gar nicht nachdenken. Die darf genauso zu uns. Jeder hat das Recht, dass er ein schönes Zuhause findet. Genau. Auch die kleine Alessa. Gell mit einem schmullen Gesichterl. Schaut aus wie die Toilie. Ha? Alessa? Bist du die ganze Toilie? Jo, was ist denn da? Da zieht die Idee. So viel Eindrücke. Hm? Und du, mein Schatz. Ich glaube, da kann die Uhr. Papa wird schon laut stehen. J Stefan. Vielen Dank.